Jetzt ist der Kampf vorbei, er nimmt Position ein, er geht auf den dritten Platz, der diesjährigen Frisch. Ich sei ur-wassersicht, dann passt es. Ja, schauen wir mal, was da passiert. Oh, wenn es du ein wenig so tust. Feuerwehr Neudorf gewinnt den dritten Platz, 10 Liter Bier, wo ich nicht komme. Herzlichen Glückwunsch dazu, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich danke Sie ganz herzlich in unser Einladen. Es gibt natürlich wie immer Kaffee und Kuchen, es gibt Getränke aller Art. Und gut und glücklich, Ende des Fischersprächens fängt auch wirklich zu regnen an. Ich bedanke mich bei Ihnen, für Ihre Anwesenheit und bleibe zum nächsten Jahr hier im Norden. Es findet natürlich noch die Gerehrung statt. Grüne Schiff. Lasst euch auf die Zeit, macht euch trocken, aktiviert euch nicht immer wegen des Fischersprächens. Kommt ihr zu mir, vergesst es dir. Ja.